Also mach irgendeine andere Sitzung. Entwicklung, wie viel brauche ich noch? So ein bisschen was. Dann kriege ich 100 Gold. Dann kriege ich die Fallschirmjäger freigeschalten, cool. Da gibt es wieder 10.000 Cran. Kann man das Gold nicht in Credits umwandeln? Nein, du kannst nur entweder bezahlen. Kriegsmittel, bla bla bla. Oh Mann. Was diese Kriegsmittelwährung ist, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube das kriegst du irgendwie, wenn du Schlacht gewonnen hast oder so. Ne, ich hab ja null. Ich hab auch null. Wir haben ja bis jetzt noch nichts wirklich gewonnen. Jetzt hier nicht Schlacht, ich mähen, wirst schon. Na egal. Infanterist, Panzer. Du kannst ja auch gerne mal deine Gruppe wechseln. Was für eine Gruppe? Also Stadt, Infanterist. Ich hab nur noch einen Panzerfahrer, ja. Felix Braun. Ja. Oder du wartest bis zum Fallschirmjäger. Was weiß ich. Warte mal. Glückwunsch. Okay. Ich habe Christian Gruber jetzt. Panzer. Ich hab einen Panzerkampfwagen als Fahrzeug. Ja genau. Und eine Maschinenpistole. Ah, hier muss ich auch noch alles freispielen. Egal. Bereit. Wollen wir mal gucken. Ike als Panzerfahrer. Kann ja nur böse enden. Ist halt die Frage, muss da noch eine zweite Person nach oben auf dem Maschinengewehr sitzen? Wäre praktisch, weil dann kann er die Rücken und Seite frei halten. Je spezifischer die Sucheinstellungen sind, desto länger kann es dauern eine Schlacht zu finden. Oh wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schlacht wird gesucht. Schlacht wird gesucht. Dann bin ich mal gespannt. Und ob ich direkt im Panzer spawne? Ja klar. Ist dein Fahrzeug. Cool. Ich glaube du kannst dort auch nur aussteigen, wenn du kaputt bist. Hm. Ich lass mich mal überraschen. Eins, zwei, drei einnehmen. Oh, nicht das schon. Wenn sie unterhalten, schalten sie alle feindlichen Soldaten aus. Wenn sie nicht auf mich ballern, überfahre ich sie gerne. Spare ich Munition. Das ist so absolut der Panzer oder die Panzer feindlichste Karte die es gibt. Egal. Weil. Weil diese drei Punkte liegen alle in einer Burg. Das ist so gut. Ja gut. 33er ping habe ich in game. Läuft. 21er. Aber mich verwundert Discord. Oh mein Gott. Ja da habe ich immer noch 45. Ich immer noch 45. Vielleicht hauen sie wieder ein Update raus oder so. Keine Ahnung. Gibt es ja gefühlt jede Woche eins. Allein alles rot. Nur zwei von uns. Schlacht startet. In einer Minute. Jo. Aha. Ah. Darko. Bevorzugte Waffe. Steht nicht drinne. Nemesis, Retterkills, Rächerkills, Kampfdauer 0,0 Was machst du da? Ich guck mir grad die Leute an auf unserer Seite Ja und wie? Einfach auf den Namen klicken Ich hab nicht meine Maus Rechtsklick mit der Maus Steht auch unten interagieren Aber da ist überall noch nix eingetragen Weil das Match noch nicht gestartet hat Das ist immer unfair Wir sind grad zweimann mehr Das soll doch mal was heißen Aber siehst du diese beschissene Kackbock? Jaja Bereit Ich spawne nicht im Panzer Du bist Infantarist, oder? Nein, ich bin Panzerfahrer Warte, lass mich mal mit einsteigen Ich hab kein Panzer Ja, sag ich doch Du bist Infantarist Komischerweise Hä? Hast du das für Leute nicht abgespeichert? Oder irgendwie sowas? Stimmt Ich hab immer noch mein Duld E grad Warum steht hier in der AFK rum? Was soll das? Warte mal Was ist denn jetzt los? Warum haben wir schon zwei Punkte? Warum nicht? Die wurden gerade erst angenommen Ich hab einen Flammenwerfer gehört Okay Ich will es schaffen hier irgendwie aufs Dach zu kommen Das muss doch gehen Hier schon mal nicht Hier schon mal nicht Und Alter Alter Ich hab ihn zu spät gesehen Scheiße Ich habe ihn zu spät gesehen Kannst du mir erklären Wie man hier aufs Dach kommt? Nein, kann ich nicht Das ist das erste Mal, dass ich die Map spiele Oh, erster Kill Ja Ich hab auch noch nicht so viele Oh, der kam gerade hier durchgerannt Was ist denn hier da? Der war aufs Dach Kann man hier hören Wie geht das denn? Ah, wo seid denn, ihr geht das? Geil Was, Eik? Da ist gerade einer übelst in die Luft geflogen Ach, hier kann man hoch Wo? Ich bin aufs Dach Entschuldigung, Eik Achtung Ja, ja, ich hab den gesehen gehabt Der hinter dir Ich bin schon aufs Dach Ja, aufs Dach sind vier Leute Von uns Achso, von uns Welcher von uns? Ja, ja, der hier vor mir ist zum Beispiel von uns Unter uns ist einer drinnen Ja, der hat mich, glaube ich, auch gekillt Ah, ich hab den zweiten Kill Ich bin gerade so dem Tod Ah, von der Schippe gesprungen Und fall runter ins Loch Läuft Und da kam einer von hinten Mit einer Greaser Gun Was auch immer eine Greaser Gun ist Da steht ein Arschgeige-AfK im Weg Da muss ich durch Das war einer von uns Ach, wir haben gleich schon gewonnen Mann Ich treffe den Der fällt aber nicht um Was ist denn das für einer Ah, wir kommen Ja, fünf Kill Nicht viel, aber Ah, vier Sterne Ah, Mann, Mann, Mann Hä, aber wenn ich Hä, der ist doch Wie speichere ich denn Die Knallbirne hier ab Absolut keine Ahnung Panzer, ich hab mir den zugelegt Hä? Alter, du bis Level 22 geht's Läuft Wie? Äh Ja Bis Level 12? Nein, das ist ja nur die Entwicklung Deine Charaktere gehen bis Level 22 Also Ähm Ja, Panzerbesatzung Den hab ich doch jetzt ausgewählt Hä? Ich kann's dir nicht sagen Der hat aber jetzt mit der Waffe XP bekommen Komischerweise Hä? Hier unten steht auch Infanterietrupp Sonst, Ike Ich glaub nämlich, dass du in dem Trupp von mir noch Dieser andere Typsy bist Schau mal unten auf das Bild Da sind wir noch dieselben Ich kick dich mal raus Ne, ne, lass Panzer So Da bin ich wieder Infanterist Ja Ja, hä? Ja, ist ja egal Jetzt Ich mach mir jetzt mal ne andere Waffe hier Ich hab ja noch meine Maschinenpistole Kurz aufwerten Hab ich dafür was? Nein Das 15.000 leckt mich am Arsch 15.000 der Lauf Alter Aber wie lange soll man bitte spielen für diese Waffen hier? Maschinengewehr 13 158.000 Flammenwerfer 324.000 Handfeuerwaffe 150.000 Maschinenpistole 158.000 Ja, ich denk mal, wenn du Mehr Kills hast, kriegst du auch mehr Geld Ausrüstungsdepot Ihr Ausrüstungsdepot ist leer Im Ausrüstungsdepot können sie Ausrüstung von Charakteren einlagern Die in Generele umgewandelt wurden Sie können Charaktere zur Ausrüstung zusenden Wenn diese die Ausrüstung freigestellt haben Und verwenden können Was? Ah Was? 120.000 Ich will jetzt dieses alter Zeit Vor allem Christian Kruber Ich benenn ihn jetzt mal um In Ike Unterstrich LP Ne Später kostet mich 25.000 Oder so Äh Gut, ich beende erstmal die Rockstar Dancer Till I Drop My Life Is Hard In My Homest Is The Club My State Is The Dance So But It Never Stop Up